Es folgt eine Ansprache des Ministers für Kommunikation, Trinkkultur und ausgelassene Fröhlichkeit, speziell gerichtet an die Bürger der Stadt Gelsenkirchen. Na, wie auch immer, jedenfalls jetzt mal Klartext, Gelsenkirchen, in keiner Stadt, in keiner, läuft der Vorverkauf so mega kacke wie bei euch. Und da muss ich jetzt mal höflich fragen, was stimmt denn nicht mit euch? Also, Gelsenkirchener, geht am 15.12. einfach mal einabend nicht in Charlies Mubbelzug, sondern kommt um 20 Uhr ins Hans-Sacks-Haus, haha, Sack, und schaut euch dem Ralle seine Städten-Show an. Das gilt auch für dich, Frank Baranowski. Es steht an, auch auf jedem Setzplatz, eine kleine Flasche Kräuterlikör. So, jetzt teilt dieses Video mit allen, die in Gelsenkirchen leben. Dort kriegen wir den Puff vielleicht Dollar voll. Prösti! So, jetzt geht's mal. So, jetzt geht's mal. So, jetzt geht's mal. So, jetzt geht's mal. Vielen Dank.